Und seht ihr, unser Glaube wird unmerklich immer wieder minimiert, unser Kopf verwirrt, sobald wir falsche Fragen stellen. Namentlich jetzt beim Bibellesen und wenn wir, ich sage mal, gesunde Christen sind, werden wir täglich unsere Bibeln lesen. Ich lese täglich, wenn irgend möglich, natürlich mit Ausnahmen, wie jetzt heute, dann bin ich die Bibel, oder? Aber wenn irgend möglich, lese ich die Bibel. Und dann komme ich selber auch immer wieder an so viele Stellen, wo ich merke, da stelle ich mir Fragen, die nehmen mir den Glauben mehr weg, als dass sie mir ihn geben. Versteht ihr? Also wenn wir zum Beispiel in niederziehenden Schriftauslegungen umherschwimmen und uns fragen, ich mache jetzt auch mal ein paar Beispiele, hat sich Offenbarung 13 schon erfüllt, ist das jetzt die Stelle von Offenbarung 13? Oder wird das erst erfüllt werden? Wann wird Babylon fallen? Genau. Oder wann kommt das tausendjährige Reich? Ist es vielleicht schon gekommen? Eine typische Jüngerfrage ist zu Jesus, wann stellst du Israel, unser Reich, wieder her? Wann wird sich das alles erfüllen? Seht ihr, die Jünger waren damals schon immer in diesen Fragen drin? Und wisst ihr, Jesus ist auf solcherlei Fragen nie wirklich eingegangen. Ist euch das schon aufgefallen? Wenngleich er da und dort gewisse Zeichen und Ereignisse vorausgesagt hat oder hingedeutet hat, aber die eigentlichen Fragen hat er nie wirklich konkret beantwortet. Und in dieser Predigt, in dieser Lehrstunde, wie gesagt, möchte ich dir erklären, um was es geht. Aber wisst ihr, auch hier sinken wir unweigerlich ab in die ewigen Abgründe der Fragerei. Wenn wir Zeichen und Ereignisse hören, auch aus der Bibel. Ich nehme jetzt mal ein typisches Beispiel. Darüber gibt es jetzt im Moment wieder Predigen zuhauf. Die gab es schon 1980. Alle möglichen Prediger haben sich gestürzt auf zeitliche Ereignisse, die ähnelten dem, was wir jetzt hier gerade lesen. Das war so ein Streifschuss, so eine Nebenbemerkung, die Jesus gesagt hat. Er sagt, ja, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Matthäus 24, 7, oder? Und es werden Hungersnöte und Erdbeben sein da und dort. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt Erdbeben. War jetzt nicht gerade ein gigantisches Erdbeben in der Türkei, ja? Siehst du, und sobald sowas geschieht, oder wenn Russland die Ukraine angreift oder was, dann hast du Zehntausende von Predigen, die dann sofort mit ihren Leuten, das ist jetzt das, was sich erfüllt. Sehst du, dieses Erdbeben hier, das steht schon in der Bibel, oder? Und dann sagt Jesus in einer anderen Stelle, ich schlage dir das nicht nach, und überdies wird es Kriegsgerüchte geben, Katastrophen, Verfolgungen, Seuchen. Seuchen, ja, das Stichwort. Und alle Christen, ja, ist die Covid-Seuche das, was Jesus vorgesagt hat, ist es das Ende gekommen oder nicht, oder? Oder war es schon die Schweinegrippe oder die Vogengrippe oder Garsars, Ebola, HIV, oder? Versteht ihr? Oder eben, dann fragen wir uns, wenn wir von Seuchen hören, hat das vielleicht alles schon im Mittelalter stattgefunden, zur Zeit der Pestilenzen, der Cholera, der Typhus und so weiter, oder? Oder dann eben, Erdbeben, jetzt gerade hochaktuell, welches der zahllosen Erdbeben war jetzt das Erdbeben aus Offenbarung 6? Oder das aus Offenbarung 8? Oder Kapitel 11? Oder Kapitel 16? Oh, da gibt es Bücher, Bücher. Und dann sind Millionen von Christen am Bücher lesen, am Hin und Her und Her und Her. Ich kann dir sagen, alles verschwendete Zeit, weil du verwickelst dich und verwirrst dich und dann stehen die Prediger wieder da. Ich habe wieder Auszüge gehört. Hier aus der Schweiz stehen die Prediger hier und sagen, jetzt erfüllt sich Offenbarung so, jetzt erfüllt sich Offenbarung so. Und dann, irgendwann stehst du auf dem Nebenast irgendwo und hast ein Problem. Ganz typisch jetzt im Moment, in welchem der Erdbeben mit tausenden Opfern wurden siebentausend Menschen Namen ausgelöscht. Kennt die Stelle, oder? Aus der Offenbarung. Dann kommt die Frage, war das vielleicht jetzt dieses Erdbeben in der Türkei? Und da möchte ich euch jetzt mal einen kleinen Erdbebenkunde machen, okay? Wir machen das mit Erdbeben, um zu zeigen, wie widersinnig es ist, wenn wir uns abirren lassen in die Details. Ich komme nachher zu der Lehre, um was es genau geht. Aber es ist jetzt mal wichtig, dass ihr an einem Beispiel seht, wie wir uns hier im Kreis drehen, wie wir uns verirren, wenn wir das Problem haben, dass wir den Tag der Erfüllung bestimmen möchten aus der Schrift, anstatt das Prinzip dahinter zu kennen. Der Titel der Botschaft heisst Prinzipien kontra Tag der Erfüllung. Jetzt nehmen wir mal Tage der Erfüllung und bleiben kurz vom Thema Erdbeben. Aber wir können das Thema genauso, was ich jetzt mache, können wir mit Kriegen machen, mit Seuchen, mit all den anderen Zeichen, die Jesus gegeben hat. Jetzt nehmen wir aber mal die Erdbeben und haben die Türkei jetzt gerade im Fokus. Okay, jetzt das jüngste Erdbeben in der Türkei. Jetzt schauen wir mal zurück in die Geschichte und überlegen, wie viele haben jetzt die Zeit verschwendet, schon von Anfang an. Wir gehen mal 62 nach Christus zurück. Was war dort? Da war der Untergang von Popeye, also durch ein mächtiges Erdbeben und so weiter. Untergang von Popeye und da machen wir mal einen Sprung, nur bis 734 nach Christus bis zum grossen Erdbeben im chinesischen Gansu. Da haben bis zu dieser Zeit allein 16 gigantische Erdbeben den Erdkreis heimgesucht und sechs davon allein in der Türkei. Ich nehme viele Nebenzahlen, damit du siehst, wie häufig die Christen Grund hatten, dass die Prediger auf die Kanzel springen und sagen, das hat sich erregt, die Endzeit ist da. Macht euch bereit, zieht die beiden Kleider an, stellt euch auf den Berg, Jesus kommt wieder, oder? Allein, nur in diesen Jahrhunderten, denen ich gesagt habe, es sind sechs allein riesen Erdbeben in dem heutigen Antakya in der Türkei gewesen. Merkt euch diesen Namen gut, Antakya, der kommt jetzt da und dort wieder. Aber ich sage mal, das kleinste dieser sechs türkischen Erdbeben hat über viermal so viele Tote gefordert, wie das gefürchtete Erdbeben aus Offenbarung 11, von dem wir vorher geredet haben, also 13, wo geschrieben steht, und in jener Stunde geschah ein grosses Erdbeben. Und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschen nahmen wurden in dem Erdbeben getötet. Also die Prediger belassen es dann noch nicht mal, die Stadt auf Jerusalem zu beschränken, auch das ist ja ein offenes Kapitel auf der einen Seite, ein offenes Thema. Da wird dann alles durcheinander gemischt, und das ist eben Prinzip im Kontratag der Erfüllung. Wenn du dich nachher festlegst, das war jetzt dieses Erdbeben folglich, befinden wir uns hier, und jetzt muss das kommen und das. Es ist alles Glaubensminimierend, es ist eine Antifusion, wenn man so will. So, seht ihr, um die genauen Zahlen ausgedrückt, sieht das so aus. Wir denken jetzt auch mal mit den ersten Christen mit und gehen mal durch die Geschichte. Das erste grosse Erdbeben von Antiochia, sprich dem heutigen Antakya in der Türkei, war im Jahr 115 nach Christus. Also wenn jetzt die Prediger auf die Kanzlerin, ah, dieses Erdbeben in der Türkei, jetzt erfüllt sich gerade Offenbarung irgendwas, vergessen Sie, dass schon 115 nach Christus in der Türkei an fast selber Stelle ein Erdbeben war, das über 37 Mal so viele Tote gebracht hat, wie in Offenbarung 11 genannt sind. Also 260.000 Menschen kamen damals ums Leben. Wir machen einen Sprung, 365 nach Christus, wieder in Antakya, 40.000 Tote. Dann gehen wir zu 458 vor Christus, wieder in Antakya, also immer Türkei, 80.000 Tote, 526 nach Christus, wieder in Antakya, 250.000 Tote. Immer ein Erdbeben, versteht ihr? Und jedes Mal, wenn die Christen, ah, das ist es jetzt so, versteht ihr? 565 nach Christus, wieder in Antakya, 30.000 Tote. Und dann 588 nach Christus, wieder in Antakya, 60.000 Tote. Und dazwischen war noch dieses Riesen-Erdbeben in Syrien, also in Aleppo genauer. Das war 533 nach Christus, da hat es 130.000 Tote gegeben. Und seht ihr, das jüngste Erdbeben im türkischen Syria, gerade jetzt vom 6. Februar 23, also in unserem, gerade jetzt vor ein paar Wochen, oder, war quasi auch nur wieder einen Steinwurf von Antakya entfernt. Es ist nur ein Berg dazwischen, versteht ihr? Nur ein Bergzug, ist eigentlich wieder an derselben Stelle und hat jetzt diesmal 51.000 Todesopfer gefordert. Mal nur bis hierher fragen wir uns, können wir aus diesen Zahlen lernen? Ich meine jetzt, nebst der Tatsache, dass man in der Nähe von Antakya oder Aleppo besser mal keinen Urlaub macht, versteht ihr? Was kann man daraus lernen? Wir können daraus erkennen, wie sinnlos es ist, ständig um Schriftstellen zu kreisen, um nach genauen Zeiten und Zeitpunkten zu forschen. Prinzipien kontra Erfüllung der Tage. Wir verlieren Energie, wir verlieren Glauben, wir verlieren Orientierung, wenn wir so die Bibel lesen, versteht ihr? Und es gibt keine grössere Tendenz, als dass die Prediger bei jeder Gelegenheit die Schriftstelle zum Ereignis packen wollen. Ich gehe noch ein bisschen weiter, damit ihr seht, was das für ein Problem ist, weil wir sind ja gar nicht unterrichtet über alles, was geschieht. Also wenn einer sagt, jetzt da in Türkei, jetzt hat Gott die Offenbarung der Elf erfüllt, hat er vergessen, wie viele Erdbeben in dem Umfang es schon überhaupt über die Jahrtausende gegeben hat. Seht, es hat doch seit dem Untergang von Pompeji allein 350 wirklich grosse Erdbeben gegeben, die registriert wurden. Jetzt mal abgesehen von all dem nicht registriert. 350 wirklich grosse Erdbeben. Schau mal das Durcheinander, was du bekommst, wenn du die Prinzipien nicht verstehst, auf die kommen wir zu reden in dieser Predigt gleich. Wenn du den Tag der Erfüllung im Fokus hast, statt die Prinzipien, die das Wort vermitteln möchte. 350 riesen Erdbeben. Und schau mal 135 davon, 135 dieser, haben über 7000 Menschen Leben gefordert. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele gesagt haben, das war es, das war es, das war es, das war es. 16 dieser 350 notierten Erdbeben haben über 100.000 Tote gefordert. Und 9 dieser gigantischen Erdbeben haben sogar jeweils über 200.000 Tote gefordert. Und das allergrösste Erdbeben in der Menschengeschichte schlechthin, das war am 2. Februar 1556 in Nordchina, das hat 830.000 Tote gefordert. Also über 118 Mal mehr Tote als in den gefürchteten Erdbeben aus Offenbarung 11, 13, wo die Christen heute noch schlottern. Wann kommt dieses schlimme Erdbeben, wo 7000 Menschen namen getötet werden? Es hat unendlich viele gegeben, die noch schlimmer waren. Braucht ihr es nicht von so einem kleinen Erdbeben? Das ist wirklich sarkastisch gesprochen, ihr versteht, oder? Sie haben Angst vor diesem riesen Erdbeben, das kommt. 7000 Menschen namen, dann diskutiert man darum, sind das jetzt Einzelpersonen oder Namen, ganze Familiennamen und, und, und. Alles sinnlose Zeitvergeudung, wenn du so willst. Antifusion. Und dasselbe, was ich hier, wie gesagt, mit dem Erdbeben, jetzt nur gerade an der Oberfläche ein bisschen gestreift habe, das könnte man nun auch im Hinblick auf all die Prophezeiten, zahllosen geschehenen Kriege wieder anwenden, oder Seuchen, oder Hungersnöte, oder Himmelszeichen. Man könnte es überall aufzeigen und überall wäre dasselbe Problem. Siehst du, und trotzdem kreisen und kreisen fromme Herzen oder Köpfe, müsste man sagen, immer wieder genau um solche Schriftaussagen, die ihnen, aber letztlich nur die Glaubenskraft untergraben, nützt ihnen gar nichts. Versteht ihr? Ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt überall am Forschen, am Graben sind, Schrift und Ereignis, das ist alles verlorene Zeit, oder? Ich sage euch, wie das Wort Gottes eigentlich, es muss ja Glauben vermitteln, ja? Es soll nicht zum Triebsand werden, zur Wildnis in unserem Leben, wo das Wort Gottes erst so richtig die Katastrophe in uns auslöst, ja? Weil es verwirrt uns nur wie die alten Jünger, ja? Weil wir bei jeder zweiten Schriftstelle Stirn rund und fragen, ja, was denn, wie denn, wo denn, welches denn, oder? Und darum vermittle ich, ich sage nochmal mit dieser Botschaft, einmal eine ganz grundsätzliche Antwort zu all solchen niederziehenden Fragen und Konstellationen. Gott hat uns sein Wort zur Spaltung, nicht zur Spaltung, sondern zur Stärkung gegeben, nicht zur Verwirrung, sondern zur Einsheit, ja? Und jetzt sage ich euch, wie man das Wort Gottes lesen soll, und zwar jede einzelne Schriftstelle. Wir müssen die Bibel lesen lernen, alles, was wir darin lesen, als Prinzip. Das musst du jetzt gut mitdenken, was ich jetzt sage. Jetzt kommt der Lehrpunkt, jetzt kommt es auf den Punkt, auf die Wurzel. Wir lesen gewöhnlich als Menschen die Bibel als Dokumentation, wie soll ich sagen, eben so, wie ich es jetzt erklärt habe, als Zeitgeschichte. Aber die Dinge in der Bibel sind als Prinzipien uns übermittelt, dass wir das Prinzip verstehen. Nicht das Ereignis oder das kommende Ereignis, als sowas steht im Mittelpunkt, sondern das Prinzip, das entstehende Prinzip dahinter. Und wie heisst dieses Prinzip? Alles ist immer wiederkehrend. Es geht in der ganzen Bibel, alles, was du liest, geht um einen wiederkehrenden Zyklus von Konstellationen. Ganz gleich, was du liest, das kommt immer wieder und es beginnt ganz klein, ja? Also wenn Jesus ein endzeitliches Szenario schildert, geht es niemals nur um ein einziges endzeitliches Ereignis. Das ist das Problem, was wir nicht verstehen, ja? Es geht ihm in letzter Konsequenz immer um ein Prinzip. Es mag zwar in letzter Konsequenz zum Beispiel zu einem Harmageddon kommen, zu einem Endkampf, so wie wir ihn immer erwartet haben, mit all den sämtlichen gesamten Zusammenhängen und Konstellationen. Das mag sein und vielleicht ist es auch so, aber ich sage jetzt, was der Punkt ist. Harmageddon ist immer und Harmageddon ist jetzt. Das ist der Punkt, das ist der Unterschied, das ist das Prinzip. Und warum das? Die Antwort ganz einfach, weil sich diese Konstellationen wie eine Pflanze, vom Samen bis zum Baum hin immer wiederholen. Harmageddon, wie der Sündenfall, oder? Und in jedem einzelnen Fall ist dem Christus der Siegverheißung. Wenn wir das begriffen haben, dass wir uns nicht verzetteln in tausend Fragen, sondern wissen, dass egal was geschieht, es kommt wieder, es kommt stärker, es kommt Ärger bis zum Endsieg, aber die Vorboten, es ist alles dasselbe, es ist immer dasselbe, wir müssen in unseren Kreisen, Entwicklungskreisen, in unserem Status müssen wir den Sieg des Christus erleben, Ringen, in den Kleineren, in den Vorhöfen, in den Vorgeschichten, in den Vorentwicklungen, also vom Samen bis zum Baum, Ring um Ring um Ring, jedes Jahr kannst du sagen, kommt das wieder. Das war jetzt in Bildern gesprochen, versteht ihr? Seht ihr das klassische Beispiel und auch der Beweis für diese Aussage, die ich jetzt mache, findest du in der Thematik Antichrist, oder? Was erwartet die Christenheit denn bis heute? Sie erwartet den Antichrist in der Endzeit. Siehst du, keine zwei Wochen ist her, habe ich wieder einen Brief auf dem Tisch, da sind ganze Verbände, die ganze Christenheit wartet auf den Antichrist, jetzt noch, oder? Jetzt noch. Und das ist das Problem. Was ist das Problem? Sie haben die Übungen nicht gemacht, sie waren nicht in den Prinzipien drin, sie haben den Antichrist nicht im Kleinen überwunden. Und das siehst du, obwohl doch die ersten Apostel unsere Nationapostel schon bezeugt haben, 1. Johannes 2,18, nein, das war der Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde und wir gehört haben, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Eigentlich hätten wir schon im ersten Jahrhundert erkennen müssen, wenn die Übersetzung schon im Deutschen gegeben hätte, dass da was nicht stimmen kann, oder? Es ist die letzte Stunde. Nein, das ist, da hast du es wieder, oder? Es geht hier darum, es ereignet sich die letzte Stunde, schon jetzt, oder? Was kommen wird, das ist jetzt schon in Arbeit, heisst das, oder? Es ereignet sich bereits die letzte Stunde, das Wesen der letzten Stunde, könntest du sagen, ja? Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt schon viele Antichristen geworden. Da merkst du, dass der Apostel ein ganz anderes Bild vermittelt hat, oder vermitteln wollte, besser gesagt, als was wir daraus gemacht haben. Versteht ihr das? Es ereignet sich, wenn der Antichrist kommt, ist er schon tausende Mal gekommen. Wieder und wieder und wieder, und jedes Mal ein bisschen mehr. Und wir müssen die Übung machen, ihn jedes Mal zu überwinden, in jedes Mal in Christus, ja, in seinen Platz weisen. Also eben, man kann sagen, wie nun? Kommt jetzt der eine große Antichrist, oder kommen viele Antichristen? Das würden jetzt klassische Christen fragen. Und die Antwort ist, beides kommt immer wieder. Beides kommt immer wieder. Der Antichrist kommt immer wieder, ja? Es verdichtet sich, es wächst aus wie der Baum. Es hat Antichristen wie Nero und alle möglichen Kaiser und Despoten gegeben. Versteht ihr? Jesus hat uns mit seiner Prophetie gelehrt, dass wann immer ein Antichrist aufkommt, ein antichristliches Szenario oder ein antichristliches Reich, dass wir es überwinden werden. Werden, werden, ja? Und zwar mit dem Stab des Mundes. Das ist der Punkt, ja? Und so war es auch immer wieder. Genau so. Wir müssen völlig wegkommen von jedem Abwarten von Zeiten und Fristen. Das ist eine absolut gefährliche Tradition, die wir als Christen haben. Also statt zu fragen, heisst es in der Praxis, ist dieser sich anbahnende Krieg jetzt, ist das der dritte Weltkrieg oder ist das jetzt das Armageddon? Siehst du? Überall wird jetzt von den Kanzeln geschwafelt, was das ist. Jetzt der dritte Weltkrieg. Natürlich, man muss sich ein bisschen orientieren. Kann das zu einem dritten Weltkrieg ausufern oder nicht? Wir arbeiten täglich dagegen. Wir überwinden diese Kriegstreiber. Verstehst du? Aber die Christen überwinden nicht die Kriegstreiber. Sie grübeln in der Bibel rum. Und ein Prediger knallt den anderen ab, weil der sagt, genau, der erbessert. Und du hast das nicht bedacht. Und du hast das nicht gesehen, oder? Eine einzige Bibelschlacht, währenddessen die Kriegstreiber sich ausweiten. Anstatt miteinander, ob jetzt dritter Weltkrieg oder vierter oder fünfter, egal, einfach raufhauen und dem ganzen Harmageddon die Stirn bieten, in dieser Ausartung, in dieser Grösse, wie es sich heute zeigt. Harmageddon ist immer. Harmageddon ist jetzt. Und es wird immer schlimmer kommen, bis wir den endgültigen Sieg sichtbar haben. Oder eben diese Frage, ist jetzt Putin der Antichrist? Wisst ihr, schon bei Nero ging das los. Und all diesen Cäsaren, versteht ihr? Ist jetzt Putin der Antichrist? Oder ist es Joe Biden oder Zelensky oder Bill Gates? Oder ist es von mir aus? Wer auch immer? Wer ist der Antichrist? Kann man wieder überall drum drehen. Wir müssen die Antichristen am Kragen holen, versteht ihr? Nicht forschen, wer ist es? Sondern wer immer sich als Antichrist zeigt, packen und in die Schlacht gehen, mit dem Stab des Wortes, anstatt sich in solchen Fragen zu verlieren und im Glauben geschwächt zu werden, sollten wir sagen, wann immer ein Antichrist aufsteht, ein Weltherrscher, der seine Gelüste nach Weltherrschaft offenbart, ist es Zeit, den Stab von Zion zu fordern. Das ist es. Herr, sende deinen Stab, da hast du Psalm 10, 110, Psalm 2 und diese Dinge. Es war schon immer Zeit und es wird immer Zeit sein. Seht ihr, und so wie frühere Herrscher durch den Glauben überwunden wurden, Altrömisches Reich oder alle möglichen sonstigen Reiche, so wird auch dieses Antichristliche Reich wieder auf demselben Weg überwunden werden. Alles andere ist nicht von Interesse. Und dann werden wir sagen, wie denn? Immer wieder aufs Neue erfüllen sich die Psalmen, allem vor allem Psalm 2 und Psalm 110. Ich kann das nur immer wieder betonen. Aber auch jeder andere Psalm, jedes Wort Gottes, hat auch eine zeitlose und prinzipielle Dimension. Jedes Wort Gottes. Und schauen wir uns das wieder mal an. Prediger 1, 9, Prediger 3, 15 sagt dort Salamo, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Da hast du es. Das wieder steht nicht im Urtext, aber es ergibt sich eine Logik daraus. Und das, was getan wurde, ist das, was getan wird. Und es gibt nichts, gar nichts Neues unter der Sonne. 3, 15, was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen und Gott sucht das Entschwunden hervor. Also da hast du die Entwicklung. Siehst du, Armageddon ist nichts Neues, war schon, ist wieder, wieder und jedes Mal sucht es Gott hervor. Zyklisch kommt das wieder und es ist dasselbe. Vom Wesen her ist, ja, wie der Sündenfall damals, er wächst sich aus und aus und aus. Immer wieder ein Sündenfall. Also es wird nie etwas Neues unter der Sonne geben, sondern nur das schon Geschehene, wird sich wiederholen mit allem drum und dran. Es interessiert darum überhaupt nicht, ob jetzt die laufenden Verfolgungen, diejenigen aus Kapitel 1, oder 2, oder 3, oder 16 aus der Offenbarung sind. Versteht ihr? Verfolgungen sind da, um sie in dem Christus dienstbar zu machen. Das ist der Punkt. Um die Angreifer zum Schemel der Füße zu machen. Ganz gleich, welcher Größe sie daherkommen. Wir sind jetzt halt, ich möchte nicht sagen dummerweise, wir sind einfach in eine Zeit eingeboren, wo das schon recht ausgewachsen ist, dieses Tier, recht ausgewachsen. Was siehst du gerade? Trübsale, das war die ewige Schlammschlacht, schon früher, die ewig schwächende Frage, wann kommt die große Trübsal? Ist sie das schon? Oder ist das erst die kleine Trübsal? Was haben die Christen Angst? Was verlieren sie ihren Glauben? Was verlieren sie ihre Zeit oder ihre Beziehung zu Gott mit diesen Fragen? Und ich sage auch hier wieder, Trübsal ist immer, Trübsal ist jetzt. Verstehen wir das? Trübsal ist immer, und sie ist jetzt. Sowohl die große, als auch die kleine. Und mit der Trübsal, der von Gott gewiesene Ausweg. Das ist der Punkt. Nämlich das Annehmen, das Anziehen der feinen, glänzenden Leinen. So wie es Offenbarung 19,8 steht. Also wir brauchen nicht warten und sagen, Herr, wann erfüllt sich Offenbarung 19,8? Wann bekommen wir die weissen oder die feinen, glänzenden Leinen, die Kleider? Es ist immer dann, wenn diese Situation wiederkommt. Nicht erst irgendwann, sie ist immer da. Wenn immer Trübsal ist, ist es für uns eine Stunde der Fusion, dass du die Rechtsdeduktionen anzapfen kannst. Ich erkläre das nochmal genau, was es heisst. Das sind die gerechten Taten der Heiligen. Also das Symbol der glänzenden Leinen, die sie anziehen dürfen dort in Offenbarung 19,8. Das ist das Prinzip. Versteht ihr? Also wann immer Trübsal ist, musst du das Prinzip verstehen, dass jetzt, wenn du Trübsal leidest, immer wenn du Trübsal leidest, rhythmisch, kannst du die Rechtsdeduktionen anziehen. Das heisst, eine Deduktion bedeutet, alles, was im Großen ist, ist im Kleinen. Er weist sich im Kleinen. Dann bekommst du Zugang, alles, was in Gott ist, mit jeder Trübsal, kannst du Gottes sein, Gottes Fähigkeiten und Tugenden, nimm was du willst, kannst du abrufen, kannst du sagen, mein Recht, ich kleide mich, ich kleide mich in deine Fähigkeiten, ich kleide mich in deine Tugenden, in deine Fähigkeiten, in deine Begabungen, in deine Kräfte, in deine Möglichkeiten, in deine Gewalt. Du kannst nennen, was du willst. Du kannst diese Leinen gar nicht anziehen, ausserhalb von Trübsalen. Das ist der Punkt. Verstehen wir? Aber was geschieht mit uns? Wenn Trübsale sind, ist das häufigste Produkt unter Christen, dass sie die Trübsale erleben und dann zittern, wird Jesus uns noch vorher wegnehmen oder nachher in der Mitte. Versteht ihr? Und anstatt die Stunde, das Prinzip zu erkennen, die Schrift als Prinzip zu lesen, hängen sie am Tag der Erfüllung rum und haben die Hosen voll vor Angst. Ah, wenn das jetzt die Trübsal ist, wenn das erst die kleine ist, wieder schlimmer, dann die grosse, oder? Und drehen nur um diese Fragen, anstatt zu erkennen, das Prinzip, du musst die Bibel als Prinzip lesen. Wann immer du in Drängnis kommst, kannst du die Rechtsdeduktionen abrufen. Darfst du dich kleiden damit, mit Gott. Ausserhalb geht das gar nicht. Das sind die Rechtsdeduktionen. Ja, das Recht, Gottes Wesen zu nehmen, zu leben, auszuleben. Leben, das Überwinden durch Jesu Blut, sein Leben in uns aufnehmen, das Siegerbleiben durch unser Bekenntnis, durch unser Gleichsprechen mit ihm. Alles, was er ist und über ihn geschrieben steht, ist meine Geschichte. Und ich bin, der ich bin, wie ich sie mir das sagen. Du bist, der ich bin. Wir sind, der ich bin. Und darum darfst du alles, so wie du es liest, immer anwenden, im Hier und Jetzt. Und musst nie auf eine Stunde warten, bis sich das oder jenes erfüllt. Es erfüllt sich immer, gerade jetzt. Du kannst Gott danken, wenn es noch nicht die grössere Dimension erreicht hat. Aber das Siegerbleiben durch die Verachtung jedes eigendynamischen Lebens ist gemeint. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das ist die Übung, wenn wir in diese Anfechtungen reinkommen. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das meint, sie haben die Eigenkraft abgegeben, die eigenen Möglichkeiten, die eigene Weisheit oder den eigenen Glauben haben sie verleugnet. Die eigene Liebe haben sie abgestossen. Die selber gebastelte Hoffnung, sie haben ihr Leben nicht geliebt, wir sind tot. Das sind die Auswege, die gezeigt werden als Prinzip. Das ist dran, wenn du in diese Bedrängnisse kommst. Kannst du das alles loswerden. Ausserhalb geht es oft viel schwerer. Oder eben die schwächende Frage, noch eine, wann kommt die Ruhe Gottes? Wann kommt das tausendjährige Reich? Ich habe jetzt schon ein paar Worte darüber verloren. Aber ich sage als Antwort, die Ruhe ist gekommen. Der Same des tausendjährigen Reiches wurde bereits hinein in dich und mich gelegt, in uns. Wir sind die Substanz des tausendjährigen Reiches. Weil alle Verheißungen in Christus in uns angelegt worden sind, keimmässig. Keimmässig. Das ist der Punkt. Und wir selber entscheiden jetzt darüber, ob wir diesen Samen hegen und pflegen und begiessen. Ob wir uns in dem bereits gekommenen einnissen oder nicht. Siehst du, das sind die ganzen Übungen. Hier finden wir uns in der Fusion wieder, dass wir die Übung machen, um die es eigentlich geht. Oder ob wir uns ängstigen und alles Mögliche drehen. Nur nicht um die Übung. Verstehen wir? Also wann immer wir in seine Ruhe eingehen, bleiben wir geborgen und vertiefen die Ruhe in Gott. Das ist der Punkt. Egal, wann das tausendjährige Reich physisch irgendwie anbricht. Es ist schon längst da, die Übungen laufen. Also das Wesen des tausendjährigen Reiches soll in uns heranwachsen, in uns selber. Sein Reich ist immer und sein Reich ist jetzt, bedeutet das. Ring um Ring wächst das in uns heran. Wenn wir dieses Potenzial nutzen, das ist natürlich die Voraussetzung, wenn wir es glauben und als unser Erdbesitz akzeptieren und darin festbleiben. Wieder eine nutzlose Frage, wann findet die Entrückung statt? Ich weiss nicht, wie oft die diskutiert wird. Christenheit millionenfach, vor, mitten oder nach der grossen Trübsal. All diese Streitereien, da gab es dann Gemeindespaltung und alles Mögliche. Auch hier, ich gebe immer dieselbe Antwort, beachte es, Entrückung ist immer und Entrückung ist jetzt. Verstehen wir? Denn Offenbarung 4.1 hat prinzipiell gesagt, steige hier hinauf. Nach diesem sah ich, heisst es, zuerst ist die Gemeinde skizziert mit ihren Schwerpunkten, wo die Jahrhunderte schon programmatisch drin angelegt sind, prophetisch. Aber nach dieser Vision sagt er, steige hier hinauf, ich will dir was zeigen und dann gehst du einfach hoch. Um das geht es. Das ist die Entrückung, das Hochsteigen. Wer überwindet, hat Jesus gesagt. Das war eigentlich der Vorbote. Du musst überwinden. Im Deutschen ist das Wort überwinden, da liegt das Über drin, das Siegerseiende. Bleibe Sieger, heisst das. Bleibe in himmlische Örter versetzt, wie Epheserbrief und andere, die er bezeugen, Kolosse und so weiter. Du bist in himmlische Örter versetzt, heisst das. Entrückung ist immer, Entrückung ist jetzt. Lass dich rausreissen aus dieser Erniedrigung, oder? In jedem einzelnen Fall sich entrücken lassen, heisst das. Das ist die eigentliche Entrückung, die zuletzt von mir aus in wirklich einer Wegnahme enden wird, wo wir wirklich entrissen werden, physisch. Aber ich sage dir, wenn das geschieht, ist es ein Produkt einer elliptisch immer wieder kehrenden Entrückung, die wir geistig, geistlich im Glauben durchgemacht haben und entwickelt haben, hingewachsen sind. Es ist ein Produkt der Entwicklung, nicht ein Produkt des Abwartens. Also, wenn du auf den Tag der Erfüllung wartest, hast du das Prinzip verpasst. Das Prinzip lehrt dich, wie Entrückung funktioniert. Du lässt dich tausende Male entrücken. Das heisst, im Urtext nichts anderes, kommt im Alten Testament überall vor. Das heisst ja nicht anders, als aus dieser Not gerissen werden, dass du nachher drüber stehst, drüber, oder? Entrücken hoch, dass du drüber stehst. Das spielt keine Rolle, ob es eine kleine Übung ist, die du am Morgen in der stillen Zeit hast oder ob es ein Medienangriff ist oder ob es eine Zwangsimpfung ist, die auf dich zukommt. Du musst einfach dich herausreissen lassen oder dich herausbegeben aus dem und drüber stehen. Das ist Entrückung und das kann Dimensionen annehmen, dass du selbst den Leib abschmeisst. Aber ich sage es nochmal, da ist es die Folge eines Prinzips, das du immer trainiert hast. Ich ziehe mal ein Zwischenfazit. Also, wann findet, welche Schriftstelle wie ihre Erfüllung? Wann wird der letzte Tag sein? Etwa der Tag der Auferstehung? Wann kommt Jesus wieder? All diese Fragen. Wann findet die große Wiedergeburt von Matthäus 19, 28 statt? All diese Fragen, immer die gleiche Antwort. Alles findet immer und zu jeder Zeit statt. Einfach in kleinerer Form, in Vorentstehungsform. Wann immer wir das Wort des Herrn zu uns werden lassen? Wiedergeburt, Wiederzeugung findet immer statt. Überall, wo geglaubt wird, heisst das. Und das mag zu einer endgültigen Wiedergeburt führen. Okay, ich habe das jetzt genug erklärt. Überall, wo man sich selber mit dem Wort Gottes identifiziert. Wiederkunft Christi findet überall dort statt, wo man Christus in sich selber leben lässt und ausgestalten lässt. Überwindung des Antichristen findet immer und überall dort statt, wo man den Stab aus Zion ja, wie soll ich sagen, erwartet, gegen das Antichristliche erwartet, in jeder Etage. Es ist noch nicht einmal wichtig, in welchem Jahresring oder es sagt Reifestadium, dieser zyklischen Wiederkehrenerfahrungen wir uns hier befinden. Wichtig ist nur, dass wir den gerade gegenwärtigen, jüngsten Tag, nenne ich ihn mal, dass wir den siegreich abschliessen im Sinne Gottes, Kraft des Glaubens, Kraft des Zepters aus Zion, ja, seht ihr. Wahnsinn ist, es verhält sich ironischerweise genauso wie mit heutigen Computerspielen, oder? Wir müssen einfach, sagen wir mal, wenn es zwölf Stufen sind, einfach von Stufe 1 bis 12, immer die anspruchsvolleren Ebenen des Angreifers bezwingen, ja, des Angriffs bezwingen. Wie sie ganz zuletzt dann in der Endkampfstufe angelangt sind. Ironischerweise spielen die ganzen Völker mit solchen Dingen, die diese Prinzipien direkt auf der Nase haben, da lacht sich der Teufel krumm, ich kann dir sagen, weil er weiss, eigentlich solltet ihr das begreifen, ja. Jeder vorangegehende Kampf ist nur gleichsam die Vorwegnahme, der Vorwegsieg für einen nachfolgenden, noch umfangreicheren Sieg, ja. Die Emausjünger in Lukas 24, 27, weil Jesus hat genau diese Dinge markiert schon damals. Lukas, ja, ich habe es nicht gesagt, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jesus, ja. Ja, siehst du, also die ganze Schrift ist voll von seiner Geschichte, heisst das, und jetzt öffnet Jesus seinen Jüngern die Bibel und sagt, siehst du, das hat mit mir zu tun, und hier kommen wir ins Allerheiligste, siehst du, Gott durch ihn, alles was dort geschrieben steht, hat Gott, der Vater, durch ihn als Menschensohn gemacht, ja. Das waren seine Werke und er zeigt ihnen jetzt in der Schrift, dass das alles personell zu verstehen war, prinzipiell und personell und leitet sie durch die ganze Schrift, aber seht ihr, dabei ist nicht stehen geblieben, jetzt spannt er den Bogen zu uns, zu den Jüngern, oder? In Lukas 22,37 geht Jesus diesen entscheidenden Schritt weiter, von dem wir jetzt sprechen, indem er seinen Jüngern, den, ich sag's mal so, den zentralsten Sinn der Heiligen Schriften schlechthin enthüllt hat. Pass es gut auf, was jetzt geschieht. Jetzt kommt der Umbruch. Man sieht selten einen Umbruch, weil so vieles läuft, aber hier, wenn irgendwo, dann ist hier, findet der Umbruch statt, vom Heiligtum ins Allerheiligste. Passt auf, Jesus knüpft zuerst wieder bei sich an. Er sagt seinen Jüngern, denn ich sage euch, dass noch dieses, ich könnte jetzt sagen, nur noch dieses, ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Ein Zitat aus Jesaja 53,12. Und jetzt kommt der Umbruch. Pass auf. Denn auch, was mich betrifft, auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung oder eine Erfüllung. Und dieses auch, das hat die Christenheit übersehen. Versteht ihr das? Das haben wir übersehen, 2000 Jahre lang. Dieses auch, das habe ich ganz gross niedergeschrieben, das habt ihr gesehen im Text, oder? Da ist der Umbruch. Was sagt dieses auch? Überlege jetzt gut, was ich hier sage. Auch, was mich betrifft, hat eine Erfüllung. Mit anderen Worten, wesensmässig muss sich die ganze Schrift, vor allem an uns erfüllen. Nicht nur an Jesus allein, stellvertretend. Und genau hier haben wir verfehlt. Genau hier sind wir von der Spur gefallen. Wir haben aus Jesus den Alleinretter gemacht, den grossen Gott vom Himmel. Und das stimmt alles. Alles korrekt. Wer außer Jesus könnte uns retten. Aber wir haben verpasst, dass Jesus gesagt hat, auch an mir muss sich das erfüllen. In erster Linie ist es an uns, muss es sich an uns erfüllen. Und er ist nur als Erstling uns vorangegangen, all diese Dinge an sich darzustellen. Er ist der perfekte Mensch. Er ist das Bild des Menschen, die Vorstellung, die Idee Gottes vom Menschen. Alles, was an ihm geschehen ist, ist geschehen unsertwegen, dass wir wissen, was mit uns läuft. Die Schrift ist für uns geschrieben. Nicht für Jesus, oder? Aber er hat gezeigt, wie die Schrift sich an ihm erfüllt. Alles hat sich erfüllt. Alles, alles, alles. Und dann sagt er, jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt muss ich noch wie ein Räuber behandelt werden. Es spielt keine Rolle, von welcher Seite du welche Erfahrungen machst. Gott wird uns mit anderen Worten durch die ganze Schrift führen und alles wesensmässig erfüllen. Also vom ersten Keim an durchschreitet Gott mit uns alle geistlichen Lektionen der Bibel. Freilich nicht im selben Ausmass. Wir stehen nicht einem Pharao gegenüber wie ein Mose. Versteht ihr? Wir haben nicht dieselben, nur das Prinzip. Jeder von uns steht einem Pharao gegenüber. Wir alle stehen einem Pharao gegenüber. Wir alle haben mit den selben Lektionen zu bestehen, meint das. Und seht ihr, Paulus hat es auch zusammengefasst, haben wir alles übersehen. 1. Korinther 10, 11. Er hat gesagt, alles dies, also alles, was jetzt im Alten Testament geschrieben steht, meint das. Alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Und jetzt haben wir übersetzt im Deutschen, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und da mache ich wieder einen Strich. Das Ende der Zeitalter kannst du wieder durchstreichen. Ich lese dir jetzt die IVO-Revision vor von 1. Korinther 10, 11. Weil das ist der Punkt und das geht es. Jetzt pass auf, das ist der Übergang vom Heiligtum ins Allerheiligste, wo die Geschichte zu unserer Geschichte wird. Also ich lese jetzt mal die revidierte Übersetzung. Solcherlei widerfuhr jenen, also den Alttestamentlern, typushaft. Es wurde aber zu unserer warnenden Erinnerung aufgeschrieben und jetzt kommt es, auf welche die Wirkung der Erfüllungen der Äonen hinabgekommen ist. Seht ihr die Wirkungen oder die Erfüllung oder die Vollendigung? Auf uns kommt die Vollendung. Alles, was in der Schrift steht, muss sich an uns erfüllen, nicht nur an Jesus. Darum sagt Jesus auch, an mir muss es sich erfüllen, aber in erster Linie an euch. Versteht ihr das? Ich nehme gleich von Kolosser 2, 16 bis 17 gleich meine revidierte Fassung, da kommt es auch wieder, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Hier kommt es dann auch wieder, pass auf. Paulus sagt hier, also ziehe euch niemand, nicht irgendjemand zur Rechenschaft wegen Ernährungs oder wegen einer Trinksache oder wegen dem Einstufen einer Festfeier, sei es eines Neumondes oder eines Sabbates oder der Sabbate und dann fasst er es zusammen und sagt, dieselben sind eine bloße Schattensilhouette unmittelbar bevorstehender Dinge. Du könntest sagen, Ereignisse oder Wirkungen und jetzt kommt der Punkt, da ist der Sprung drin, da ist der Übergang. Das personell Verkörperte hingegen ist der Leib des Christus. Ich habe jetzt der Leib eingeschrieben, weil das im Genitiv dort ist, aber das ist der Punkt, um das geht es. Hier ist die Bruchstelle, wo es umbricht, wo es zu uns wird, wo wir, wo Gott durch uns zu arbeiten beginnt. Alles, was geschrieben wurde im Alben Testament, ist eine bloße Schattensilhouette oder Schattensilhouette kannst du auch so übersetzen, ist ein bloß schemenhafter Umriss, ein vorankündigendes Symbol. Alles alttestamentlich ist eine gleichnishafte Tradition auf eine kommende reale Gestalt hin, so könntest du es übersetzen, oder eine Silhouette als Vorbote wahrhaftiger Ereignisse. Die Wahrhaftigen sind im Geist, versteht ihr? Das sind die Dinge, wir kämpfen nicht gegen Blut und Fleisch, lesen wir, sondern wir sind in den geistlichen Dimensionen angelegt, wir haben direkte Konfrontation im Geist mit Kosmokratoren, mit Mächten und Gewalten der Finsternis, wo Christus von da aus herrscht und sie aus dem Himmel geworfen hat, damit sie hier unten noch ganz erliegen und dann runter in die Kette, runter Richtung Feuersee. Seht ihr, wir werden da mit hineingenommen, es muss sich alles personell verkörpert durch uns den Leib des Christus ereignen, das steht hier, seht ihr das? Ja, also nichts von Ende, der Zeitalter ist gekommen, sondern die Wirkungen, der Erfüllung der Eonen, alles was je gewesen ist, was in der Bibel steht, muss sich an uns auswirken, als Wirkungen, als Lektionen, als Prinzipien, so wie wir es jetzt vorangehen gesehen haben. und dann auch die Wirkungen, die wir jetzt sind, die Wirkungen, die wir jetzt haben. Und dann geht's, Vielen Dank.